Mist. Schade. Und ne Menge Geld hab ich verballert. Na, bei Mizuchi hätt ich das wirklich gerne. Naja. Vielleicht werd ich das doch wohl mit der Fusion machen. Ein Manneken scheint mit irgendwas beschäftigt zu sein. Willst du mit ihm reden? Ja, klar. Mist. Ein Mantra-Dämon? Nee. Nein. Mein Löffel ist zerbrochen. Schau, was du gemacht hast. Ich war fast mit dem Bohnen fertig. Es ist deine Schuld. Ich brauch diesen Löffel. Du musst dafür gerade stehen. Ich weiß. Wie wär's, wenn du mir einen anderen Löffel besorgen würdest? Der Manneken-Sammler muss hier irgendwo sein. Er hat so gut wie alles. Such ihn und hol dir den Löffel. Kapiert? Du trägst die Verantwortung. Ah, es ist doch dieser Sammler hier. Ah, super. Wurde der also auch gefangen. Toll, wie komm ich jetzt hier durch dieses... Hm. Kann ich hier auch irgendwo sein? Der Manneken-Sammler? Ich hab ihn gesehen, als man mich hergeschleppt hat. Er muss unten sein. Unten. Ist er jetzt unten bei dir oben oder unten bei dir oben? Hä? Naja. Kommt Rauch raus? Ach, das hatte ich vorhin, glaub ich, auch. Das ärgert mich echt mit Minuzuchi. Dass ich wirklich zwei Perlen verballert hab. Ist keiner. Ich vermute... Also ich hoffe immer, dass irgendwo mal wieder so'n... So'n... Also nicht wieder, sondern dass irgendwo so'ne Truhe ist. Anstatt hier ist keiner. So, da komm ich runter. Da komm ich auch runter. Na super. Will ich jetzt den Sprung wagen oder... Die Treppe. Immer die Treppe. Wahrscheinlich muss ich wirklich den Sprung wagen. Ja. Ich muss den Sprung wagen. Komm ich hier nicht durch. Ach komm, hier. Das Gegner kloppen. Naga, will dich nicht. Komm weg mit dir. Ach, das ärgert mich. Zwei Perlen. Das muss ich wirklich sparen, wieder mit den Perlen. Weil, was bringt mir das, wenn ich jetzt... Die oberkrassen Perlen, die auch wirklich voll HP wiedergeben. Jetzt schon Opfer. Boah, was ist denn hier los? Eine Party oder was? Wie ich sag gar nicht, wusste nicht, dass du ein Partymensch bist. So. Weg mit dir. Wär einfach niedergemäht. Okay. Ach, shit, ich hätte mir Mana holen können. Egal, so wie man habe ich hier nicht verwandert. Na ja, gar nicht. So. Ich muss hier wirklich runter springen. Das hat bestimmt der Mannequin gemacht. Und keiner, keiner hat das bis jetzt gemerkt. Ja, genau. Ich muss hier rüber. Bin ich hier rein? Gott ey, hoffentlich fühle ich hier irgendwann mal wieder zurück. Also das habe ich hier aufgemacht. Okay. Wahrscheinlich ist in der Trugbild... Genau, in der Trugbildsache ist hier irgendwas. Auf jeden Fall ist hier was. Das heißt, ich muss also jetzt wirklich in dieses Ding da rein. Und dann da hoch. Also da rüber. Und da ist irgendwas. Anders kann ich mir nicht vorstellen, wozu das sein sollte gerade. Komm schon irgendwie durchfliegen. Da! Dann reiche ich auch noch, ey. Ich kriege die Krise. Das könnte etwas nervig werden. Was willst du? Hm. Gib ich ihnen eine Pferde oder nicht? Scheiß drauf von mir. Hm. Super. 360. Boah. Hehehe. Ich habe noch den Naga. Ich denke mal, dass Eis auch nicht so gut klappt. Das ist. Ich bin mal stärker. Ich muss hier. Es. Das machen wir jetzt den Fallig. An den anderen. glaube ich. Ich bin noch nie. Ich bin noch nie. Ah. Aber ich bin noch nie. Und da bin ich noch nie. Sind Wissen und Ido-Wi wichtig? Ja, sind sie. Mizuchi ist viel. Na gut. Ich bin Mizuchi. Von der Spezies-Schlange. Ich gehe mit dir. Hat sich deine Gruppe angeschlossen? Yay! Yay! Wir haben einen Mizuchi. Juhu. Toll. Gott, was ist der Herrs? Ah, die Schlange sieht cool aus, finde ich. Die sieht echt cool aus. Hoffentlich kann sie zu was Gutem werden. So, Media. Hat mich ja genug gekostet, dieses Viech zu holen. Damit, kommen wir da jetzt rüber. Ich habe das da auch geöffnet. Ach, da hinten ist sie irgendwie wahrscheinlich. Na, gehen wir erstmal runter. Wir müssen... Ach, scheiße, ich ist zu. Darüber können wir nicht, ne? Das ist abgeschlossen. So, nochmal kurz, kurz nochmal Pisaka anmachen jetzt. Halt einfach Birne. So. Ich versuche mal da rumzulaufen. Vielleicht verhänge ich mich auch in irgendwas. Jetzt habe ich den schon längst gesehen. Na, verdammt. Warum nicht, ne? Das ist ja geil. Wirklich. Ich versuche mal. Nervs. Toll, normaler hat gar nicht so viel gemacht. Wir haben Stärken, Schwächen. Dachte ich mir schon fast. So. Kennt's ne? Ich muss das noch auffassen. Ja, wir kriegen ja dann so einen Bewerb. So, aber wir müssen mal gucken. Das ist cool. Wie kommen wir da rum? Das ist weiter unten in einem speziellen Raum. Hä? Naja, hier war ich schon mal. So, hier komme ich wieder zurück. Im vierten Stock war ich da schon mal sichtbar? Weiß ich nämlich gar nicht. Na, Pisaka nerven mich. Nerv mich doch nicht. Noch mal wieder Manaabsorber auf dich da. Gibt's zwar leider nur 27. Beide, wie schwäche. Ich habe einen wirklich sehr... sehr feuer... schwaches Team, sag ich mal. Machen sie aber heute schon eine Ahnung. Hm. Ja, gut dringend. Also vom Geld her überzeugt mich, dass ich das hier auch nicht. Habe ich im ersten Körper mehr gekriegt. Als ich halt, wer da unten war. Ich gehe mal einfach mal. Einfach mal benutzen. Mal gucken, ob ich hier irgendwas machen kann. Ne, hier war ich schon. Okay. Oder? Doch, hier war ich schon. Alles klar. Hier habe ich gerade den Schalter gedrückt. Oh. Hey? Habe ich den Schalter nicht gestammelt? Ich dachte, ich hätte den Schatter gerufen. Oh. Dann war es wie ein Fehler von mir. Strange. Mann, wie geht die aushalten? Feuer, hau! Ah, sehr schön. Wenigsten noch gekillt. So. Ja, dann haben wir es jetzt. Wir können was Dritten jetzt machen, glaube ich. In der Trugbildsache. Ah, hier können wir auch nochmal draufdrücken. Oder ist es so, dass bei dem einen auf geht und bei dem anderen zu geht? Ne. So, okay. Hast du, Pisaka? Okay, ich weiß. Hm. Hm. Also jetzt habe ich alles aufgemacht. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wir müssen rein theoretisch jetzt ganz nach unten. Ops. Rein theoretisch. Da kommen wir nicht weiter. Ja. Mach einfach mal Mana Absorber. Absorber. Also es ist wirklich sehr praktisch dieser Mana Absorber. Aber. Schade. Ach shit, ich hätte. Ich hätte noch ein bisschen Mana absaugen können. Alter. Ja. Und Türkees. Also wir kommen schon so ganz gut Steine. Wo müssen wir jetzt hin? Ich spring mal hier runter. Da bin ich glaube ich richtig. Genau wo ich hin wollte eigentlich. Oder auch nicht. Oder? Hier ist es natürlich wieder zu. Wie kriege ich diese Tür auf? Ich muss von einer anderen Tür aufgehen. Okay. Er muss weiter unten sein. Oh, es ist ein. Das ist echt nervig gerade. Ey, zurück will ich ja nämlich. Geh mal in hoch. Oh, da kann ich wieder mal einer saugen. Zack. Ja, voll. Ja, auch. Ich hab jetzt richtig bemerkt, dass ich immer noch neuer Kakosu hier hatte, als ich mit Orthos angegriffen habe.